was macht unser schiff wir schauen was macht denn unsere effekte phoenix warte mal wir können das dann mal beschleunigen kommt ein bisschen schneller da kommen beschleunigen wir das waren erst in drei minuten dann können wir drei minuten losdüsen drei minuten abfahrt let's go ab in die weiten weiten erst weltraum zu leben aber die moritz verfrüßung ist schon cool warum tragen so viele leute die moritz verfrüßung kann ich euch auch mal gerne weitergeben weil die tatsächlich erstens als heavy rüstung zählt das heißt du hast eine reduction von 40 prozent an damage reduction das heißt du wirst mit 40 prozent geschützt durch die rüstung die wir trägst durch die arme rüstung und das tatsächlich extrem schön wärme und kälte gerade das heißt du kannst die rüstung in eine range und minus 90 plus plus 115 grad nutzen und das macht die rüstung extrem gut aus alleine dass wir die möglichkeit hast auf dem planeten zu landen der wärmer ist und auch auf dem planeten zu landen der kühler ist wirst du tatsächlich nicht so schnell den hitzetod erleiden oder den kältetod weil du hier eine sehr schöne mittel range hast wurde anzug einfach extrem geil performt deswegen die moritz verfrüßung es gibt eigentlich keine bessere rüstung ihr leben im spiel das ist wirklich momentan so ich wüsste nicht welche rüstung geiler ist wie die moritz verfrüßung ließen so geil ausgeklügelt dies so genial von den werten her die rockt einfach richtig die hütte also für extreme sachen ist das natürlich mal eine andere sache aber das ist schon krass kurma zum beispiel hast du nur von minus 39 grad bis 70 grad und dann hast du ein problem das heißt hier hast du schon eine ganz andere range die da bei weitem nicht mit kommen ja ich auch sagen muss ich zugeben die mord zur fristung von rt die rote mit diesen kleinen schlitz von den helmen her finde ich auch am schicksten gehe ich auf jeden fall komplett mit zahlen also die sieht die richtig gut aus die mord zur fristung auf rt bin ich sofort bei dir die finde ich richtig richtig schick sich genauso da haben wir eigentlich noch munition naja wo ist nicht so schlimm vielleicht nehmen wir die auch gar nicht mit unbedingt vielleicht lassen wir doch erstmal hier auf dem mix der ist natürlich der beste da wenn du natürlich sechs extreme erhitze haben solltest dann würdest du natürlich die nehmen richtig genau es geht natürlich immer noch weiter ins extreme da du kannst auch plus 200 grad haben oder sowas denn hast natürlich auch mit der mord zur fristung dann problem da brauchst du wirklich eine rüstung die extreme extreme temperaturen aushalten kann ob nun für kälte oder auch für wärme gibt es ja rüstung die explizit dafür gebaut worden sind das ist schon ziemlich cool auf jeden fall jetzt ist jetzt ihr lieben ihr lieben lieben liebenden so schauen wir mal was hier unser raumschiff sagt ob wir schon los fliegen dürfen ja nein vielleicht gucken wir mal hundertprozentig gesund abdose auch schon den kleinen kratzer den damit können wir auch leben das ist nicht so schön 21 minuten liebzeit können wir noch abwarten denn diesen wir direkt los und schauen mal was geht denn düsen wir gleich mal direkt los in die weiten des weltraumes lieben ich bin ja mal gespannt wann sie das weiter ausbauen möchte dass sie sagen okay okay wir bauen auch andere einzüge rein im bereich toxische strahlungen das thema wird ja der der das thema strahlung wird ja noch reinkommen und beitragen brauchst du vielleicht nachher für einen bestimmten planeten oder für bestimmte außen einsetzen weil du vielleicht auch ein raumschiff rein möchtest du vielleicht ein energiebruch war und das vielleicht eine hohe sag ich mal strahlungswerte von irgendeiner strahlungs quelle und dann kann es sein dass du vielleicht sogar nachher eine rüstung benötigt gerade für das thema exploration dass der auch strahlung ab kann das willst ja dir auch noch alles rein bringen also wirst natürlich auch gucken müssen gerade wenn du nach exploration gerne machen möchtest das doch genau für solche phasen auch nachher den richtigen anzug auf dein raumschiff dabei hast es werden bestimmt nachher sowas wie presets geben du musst nachher nur die anzüge mit dabei haben damit wenn wir zum beispiel ein raumschiff gescannt hat zum beispiel eine sufferer die vielleicht eine bestimmte flüssigkeit geladen hat die vielleicht eine strahlung hat eine gamma strahlung oder sowas und dass du denn eine rüstung hast sie zum beispiel den hohen gamma wert aushalten kann sonst wenn du sonst drauf ist auf das raumschiff sonst pulverisiert dich das zum beispiel also sowas wird auch reinkommen oder auch ätzende flüssigkeiten oder ätzende wolken und sowas genau das sind themen die sie nachher noch reinbringen möchte wogegen uns nachher schützen müssen für außeneinflüsse die einfach also wirkung auf uns haben die sogar bis zum totalen tod oder ausfall natürlich auch in den exzessivsten fällen dann auch durchgeführt werden können also da muss man nachher echt aufpassen was danach alles gibt aber geil wird er schon aber das einzige was wir momentan drinnen haben bis jetzt ist kälte und wärme also kälte und wärme ist erstmal das was wir drinnen haben nur drauf dass so reagiert und alles andere wird noch mit der zeit kommen dass ich da mal gespannt ob die joysticks richtig funktioniert weil wir haben ja probleme gehabt dass irgendwie der rechte joystick nicht richtig ging da bin ich mal gespannt ob der gleich einigermaßen performt überhaupt gleich wieder durchdreht ja da gebe ich dir nicht ganz unrecht an die war das muss da gebe ich dir recht aber das funktioniert die deutsch ist gehen aber erst mal zumindest erst mal mit fliegen diesen geht auch erst mal ohne dass der komische befehl abgibt das schon mal ganz gut das soll dann fliegen wir mal richtung einmal dann lasst uns mal richtung der mal einfach mal fliegen und da können wir es mal ein fahrzeug einladen die lieben aber ich würde das schon richtig richtig feiern und das wäre schon will ich schon richtig gut finden äh ne kenne ich nicht was was macht denn das wenn ich fragen darf sc lanter configurator was kannst du danach konfigurieren beim starten finde ich aber sehr interessant für ingame oder für das starten selber von stars sind also kamera sound oder was kannst du damit genau einstellen das finde ich aber sehr interessant tatsächlich das thema ganz aber gerne raushauen wofür das tool da ist aber ich kenne das tatsächlich nicht das wäre jetzt nicht ganz so bekannt wenn ich ehrlich bin also dann suchen muss einmal ganz kurz den posten aus wo wir runter fliegen können dann können wir erstmal kurz ein fahrzeug einladen dann können wir uns für die heutigen missionen und zwar schick machen lieben damit wir dann auch alles am start haben was wir dann heute so machen wollen er kommt meine ja gut diesen wird dahin ist zwar nicht ganz hell aber ist auch egal das passt schon das ist interessant müsste man sich mal angucken gerade wenn du vielleicht sehr viele peripheriegeräte hast also ich habe ja drei vier fünf sechs sieben acht unterschiedliche sachen angeschossen an meinen rechner der kommt manchmal mit dem usb durcheinander mit den id's das ist nicht mehr so sauber funktioniert das wäre auf jeden fall schon eine witzige gute sache vielleicht sogar ja also generell denke ich wäre wäre das vielleicht erstmal überflüssig das kommt glaube ich wirklich darauf an was alles angeschlossen hast weil manchmal habe ich damit echt probleme generell kann ich das erstmal nachvollziehen wie gesagt bei mir habe ich auch manchmal echt blöde probleme lieben die paddles die guten paddles da müssen noch mal gucken mit der zone lieben ja genau kann ich mir schon vorstellen weil da gibt es immer mal wieder probleme weil das kann ich mich tatsächlich auch leider zu gut da hinten lau ich war licht an den lieben dahin weil ich dann jetzt ja ich habe das war mir auch am start zum glück bei mir ist auch alles ganz entspannt eingetrudelt das hatte bei mir auch sehr 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 gut funktioniert das ging wirklich sehr gut bei mir ist auch alles eingetrudelt alles stabil alles bestens also hat gut funktioniert sehr gut sehr gut zu wissen dankeschön peter muss ich immer angucken wenn ich auf jeden fall sehr sehr interessant ok da ist ein fahrzeug wieder landet was jeder landet auch was haben wir wahrscheinlich gleich kein landing pad wenn wir pech haben dann müssen wir mal schauen ob wir noch ein landing pad bekommen aber das könnte dann schwierig werden sind ganz ganz viele komische schiffe hier na backen die hier wieder nutzen die hier wieder bugs auszulieben werden hier wieder bugs ausgenutzt hier ist die c2 ist einfach mal richtig fett am start und die sind massig raumschiff alter alles sieht sogar aus das sieht so abgefahren aus ihr lieben das macht schon spaß grafisch gesehen ist das wirklich krass oder auch die phoenix ist wirklich auch ein sehr 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 schickes raumschiff ich finde die ist auch wirklich schick die phoenix ab dann hoffe ich mal dass die alle lieb und nett zu uns sind und nicht dass sie uns was böses wollen ja wie gesagt ich habe ja gesagt wenn du alle rüstung set hast wirklich auch alles dann kannst du tatsächlich bis zu 100 dollar sparen also die ganzen schiffskins die ganzen rüstungskins und so weiter und so fort wir haben bestimmt wir haben wirklich bestimmt ein wert von 100 dollar man lieber so das würde ich wirklich nicht unterschätzen da geht einiges durch also das ist der wahnsinn deswegen das skin das ganze paket also die ganzen jobs die wir da gemacht haben das war der hammer am freitag werden wir das auch wieder machen haben war freitag werden wir auch wieder reingehen um natürlich die rüstung natürlich weiter zu bekommen das machen wir natürlich auch wieder am freitag ihr lieben klar so das erste was wir machen wollen einfach mal ein fahrzeug einladen das wollen wir als erstes machen ja zwei wochenenden fehlen noch oder einen ein oder zwei auf weiß ich gar nicht ach so es gibt immer wochenende gibt es drop sowas wie twitch drops nur nicht über twitch direkt das heißt es gibt eine guide session ach weißt du was guck mal da findest du alle alle informationen drops da hast du alles wie das funktioniert zum beispiel und diese guide session die eröffne ich wieder am freitag und dann kriegst du auch die drops ab und du musst drei guide sessions mitmachen 35 minuten nach so fünf minuten plus gemacht das ist auf jeden fall dann auch klappner das heißt die guide session werde ich auch wieder am start bringen am freitag und dann kannst du da auch dein rüstungs hat abgreifen das ging jetzt den ganzen monat also immer wochenende ist es denn da soweit am wochenende ist es denn da immer soweit in unserem shop irgendwas interessantes drin ist mitnehmen traktor trakti nehmen wir auch noch mal mit zu futtern können wir auch immer mal gebrauchen so das dank der mehr brauchen wir nicht und dann holen wir uns mal den links so war ein richtig schön links sie und trinke noch mal einen schluck kaffee der ist wahrscheinlich weit unten der ist dann auch gleich da da braucht eine minute tralali tralala dann nehmen wir den links wobei direkt mit dann haben wir ein bodenfahrzeug da haben ein schönes raumschiff und dann können wir gleich direkt reingehen unsere ersten missionen wir können ja schon mal reinschauen wenn wir auch wir schon irgendwie eine mission annehmen können oder was gesehen haben wenn wir schon mal reinschauen die können wir mal machen die mission das ist eine für die nein tels die die mache ich mal habe ich bock drauf da haben wir dann auch einmal kultur abends irgendwo kultur abends immer annehmen einer der wichtigsten mission die man immer annehmen sollte dies wirklich wichtig die kultur abends weil die unterstützt euch nämlich tatsächlich beim geld verdienen beim credits verdienen in game weil egal welchen auto ihr abschießt egal welchen piraten die abschießen solltet auf npc oder auch spieler bekommt ihr immer ein paar credits extra also auf jeden fall die kultur abends mission immer annehmen sobald ihr ins spiel reingeht zur deliver mission da stoßen wir gleich auf die nein test und bin ich gleich mal gespannt wie gut das funktioniert und da sollten wir dann tatsächlich dann auch die p4 rauskriegen also eine p4 waffe sollten wir dazu dann auch finden die linie ach so wir können ja da wollen wir noch mal kurz überlaufen was damit der freelancer los da warum sie denn so gestrandet hast du dies gar nicht geschont dass da nur so können wir die eigentlich auch man die flieger nicht bestimmt nicht oder es hat man ein spieler müssen man auch schießen wahrscheinlich ne die geht nicht auf das noch mal hier kurz reingehen der müsste auch gleich der links rüber soweit sein aber schauen ob wir hier was sehen was wir nutzen können so hier ist nichts zu sehen was wir mitnehmen können hier ist noch mal eine kiste die können wir auch noch mal looten mal schauen was da drinnen ist da ist noch mal ein trecki drinnen die nehmen wir mit oder sogar kurz wie kurz drin das ist lecker sogar noch ein multitool man die war ja richtig gut voll und die kisten funktionieren sogar gerade noch also wahnsinn dass die kisten sogar auch gerade funktionell sind und dass man die auch wirklich öffnen kann das hat man auch nicht immer dass sie da sind dass man die kisten wirklich auch aufmachen kann das ist auch nicht immer gegeben lieben aber das geht gerade hier brauchen wir es erstmal nicht noch mal was die sachen dass wir mal drinnen die hier drinnen sind das passt schon für die nächsten dann haben ganz viele kisten hier werden am stadt richtig viele kisten mal lieber ihr habt das auch mitbekommen was auf der citizen kommt angesagt wurden ist noch habt ihr das auf der citizen können mitbekommen das ist das großes wahrscheinlich zu kaufen geben wird und wir sollen uns überraschen lassen also es wird wahrscheinlich auf der citizen kann ein großes größeres raumschirm auf jeden fall kaufbar sein sie haben ja gesagt in hongkong beim bar citizen das momentan kein größeres spiel reinkommen wird in engine außer die hlc wenn die hlc in engine drin ist und spielbar ist denn werden erstmal keine weiteren größeren schiffe mehr reinkommen nur dann zu der citizen konnte ist am 21 22 oktober wir werden da ein riesen geiles event man wir werden ein 50 stunden für euch machen mit richtig fetten giveaways das heißt wir werden das ganze wochenende durch dem danach fahre ich nach dänemark und da haben sie schon gesagt dass sie tatsächlich was überraschendes dabei haben werden irgendwas größeres soll wohl da seine leben wo wir müssen unser fahrzeug vergessen ja richtig genau doch korrekt genau und das ist da doch spiele ich an genau mein lieber das ist die anspielung richtig richtig sein also können wir auf jeden fall was schönes etwas größeres auf jeden fall zu der citizen kann erwarten da freue ich mich sehr drauf neues mining chip von rsi kann sein weil das hatte ja bei der letzten citizen kon ja vom abwot her gewonnen also das hatte ja vom abwot her gewonnen und die haben ja gesagt das schiff das sollte zwischen der mole und der reisen sein mit der orion entschuldigung die orion ist ja dieses riesengroße erste mining raumschiff die orion ist so zu 400 meter fast lang also nicht ganz aber fast 400 meter lang und kann auch nur orbital die ganzen sachen abbauen und sie wollten gerne ein raumschiff reinbringen zwar was zwischen der mole ist die mole ist so um die 70 meter und die orion ist 300 meter oder 350 meter da kann man sich schon vorstellen was das für ein meinen schiff werden könnte das kleine schiff könnte so um die 150 meter werden oder so das wäre schon sehr interessant warten wir es mal abgegeben das hoffe ich nicht also das wäre dann auch schon ein bisschen schade also noch eine neue odyssee noch ein exploration raumschiff weiß man nie aber ich würde das jetzt erst mal nicht glauben aber möglich natürlich auch wissen wir nicht noch kann natürlich auch sein dass neues exploration raumschiff reinkommt kann auch sein dass ein raumschiff fly ready wird direkt in engine weil sie das für squadron 42 auch drin haben und sie überraschen uns damit das kann natürlich auch sein dass wir haben was richtig geiles am start die kriegen ein richtig schönes geiles raumschiff rein was wir uns kaufen können was eigentlich eine wichtigkeit hat für squadron 42 aber das ist unbedingt nicht so spoiler technisch nicht so schlimm dass wir uns das vielleicht auch ein bringen und sogar direkt vielleicht sogar fly ready alles denkbar bis squadron 42 werden die größeren raumschiffe die benötigt werden weiter dran gebastelt und ist natürlich nicht so schwer wenn sie schon ein raumschiff in engine haben und das dann natürlich auch in die in stars mit rüber zu nehmen für den mmo aspekte also da könnte ich mir schon vorstellen dass sie vielleicht auch da was machen dass sie irgendwie vielleicht sogar von da aus ein raumschiff rausziehen aber das wissen wir nicht genau müssen wir abwarten aber wäre auf jeden fall auch denkbar irgendwo schön hell irgendwie das ist echt schön die seien da außenposten da waren so viele coole informationen beim bar citizen ich hoffe dass wir auch wieder schöne informationen nachher bei der gamescom bekommt zu den bar bar citizen das wäre natürlich auch genial ne bar citizen gamescom da hoffe ich ja auch sehr dass da was kommt äh ausrufezeichen news mal lieber äh wenn wir erstmal den server mehr raus bringen wollen dann wird es dieses jahr kein system mehr geben das thema ist dann durch mal lieber da müssen uns keine keine gedanken mehr machen das ist wird das system vielleicht in zwei jahren kommen ich denke mal das system kommt ende 24 anfang 25 dann wird das server mehr schweiz mal rein kommt dann muss das server mehr schweiz mal vernünftig funktionieren und wenn das server mehr richtig gut funktioniert dann werden sie das system rein bringen also 24 25 quellenangabe guckt ihr gerne mal ein youtube video an das war eine quellenangabe zu den bar citizen in hongkong also das ganze video habt ihr noch mal hier das könnt ihr euch angucken da sind ganz viel informationen von den ganzen bar citizen die in letzter zeit gewesen ist die haben wir einmal zusammengetragen da könnt ihr euch das gerne mal angucken das kommt auch von der hangar base.com seite also die base.com seite hat da ein bisschen mitgeholfen ja das alles übersetzt da könnt ihr gerne mal reinschauen und das habe ich euch dann tatsächlich aufbereitet und fertig gemacht ihr lieben also hangar base.com danke nochmal dafür auf jeden fall so haben wir das ding eingeladen dann machen wir die energie wieder aus und dann düsen wir weiter also das wird ein bisschen länger dauern noch aber was geil ist dass sie sich das wieder klargestellt haben mit den wingman's VIP-killer die haben das wirklich wieder klargestellt dass wingman's also npc crew wingman's auch komplett ortak alleine raumschiffe fliegen können also das was sie bei der con 42 gesagt haben das haben sie wieder revidiert das war eine falschaussage auf der con 42 tatsächlich npcs werden eigenständig raumschiffe fliegen können ja richtig genau und das ist auf jeden fall voll und ganz richtig was du sagst genau 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 da bist du der pilot auch bei der ue und du bist der kampf pilot also squadron 42 ist wirklich ein reines kampfspiel im epischen ausmacht du bist du arbeitest in der ue im militär als kampfpilot und muss natürlich in die wendels bestreiten und bekämpfen das heißt die wendels muss natürlich zurückgeschlagen werden und da geht es natürlich hauptsächlich um die aggressionen auswirkung der wendels innerhalb unserer raumsysteme und wir sollen die natürlich zurückschlagen also deswegen glaube ich also wenn wenn sie was für squadron 42 fly ready machen was vielleicht ein bisschen größeres raumschiff sein kann um das auch direkt in engine zu bringen dann würde das auf jeden fall kampfraumschiff sein das glaube ich auch ja dann wäre es eher ein kampfraumschiff wie zum beispiel zivilraumschiff oder sowas ja das wird den wingman zwar wirklich eine sehr sehr interessante aussage zu den npcs das fand ich richtig 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 gute lieben muss ich zugeben das fand ich richtig richtig gut die aussage lieben von cg also das jetzt noch mal klargestellt haben weil ich finde das auch gut so dass man auch wenn man alleine spielt und nicht unbedingt auf andere andere spieler andere spieler angewiesen sein möchte dass er vielleicht auch mal vernünftig seine constellation fliegen kann oder auch seine corsair fliegen kann dass man sie auch voll bemannen kann und so weiter und so fort deswegen finde ich das schon ganz geil tatsächlich dass auch wingman auch in eingesetzt werden können die auch mit dir fliegen das heißt du kannst zum beispiel deine phoenix lebt eine 600i touring variante dann kannst du dazu noch begleitschutz mitnehmen bedeutet du kannst deine vanguard mitnehmen du kannst eine da kannst du ein npc reinsetzen du kannst du hornet mitnehmen da kannst du auch ein npc rein nehmen und die würden mit dir dann zusammen die mission bestreiten und das finde ich einfach schon sehr genial dass sie sowas einbringen das finde ich wirklich 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 gut muss ich zugeben da freue ich mich schon sehr dass sie an sowas denken sowas reinzubringen hat das finde ich wirklich gut doch das haben sie wieder doch das haben sie gesagt in los angeles wir haben das extra noch mal was auf der konzern 40 gesagt haben das haben sie revidiert das war eine falschaussage auf der konzern 40 dat war dass da haben sie sich vertan und da war also in hongkong und auch in la da war todt baby am start da war erin roberts am start und guckt ihr mal gerne die quellenangabe an und wer alles da vor ort war also müsst euch das mal angucken schaut euch das mal an das pamphlet dazu also schreckt das euch mal an das fand ich auf jeden fall sehr sehr interessant und was noch interessanter ist was die meisten auch nicht wissen das wusste ich auch davor nicht dass sie jetzt schon an sachen daran arbeiten um die body npc zu befähigen die haben auch jetzt noch mal bestätigt dass die blades später rauskommen werden dass du zum beispiel sachen aufbladen kannst zum beispiel du kannst deine türme bei der constellation die kannst du ausfahren wenn die mit auf den piloten mit aufgebladet und dann kannst du zum beispiel mit deiner hauptbewachung von der phoenix auf ein ziel schießen und die türme kannst du wie bei der hornet mit aufschalten und auch darauf schießen das wird erstmal nicht kommen aber sie arbeiten jetzt schon an der steuerung der body npcs dass du also normale befehle weitergeben kannst und die npcs das dann auch ausführen also da arbeiten sie auch schon dran sie haben auch gesagt das wird eher kommen das heißt die body crew npcs die werden eher ein spiel rein finden wie die blade steuerung der computer von den raumschiffen das fand ich auch eine sehr geile aussage was sie da getroffen haben also wirklich sehr 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 interessant und sehr viel stuff was sie da reingehauen deswegen guckt euch gerne mal mein video an zu den ganzen themen weil das echt so ein bisschen sehr geile informationen waren die komplett in sämtlichen sachen nicht behandelt wurden sind kein inside star citizen kein cg live oder 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 die information die gab es nur auf den bars zu wissen in los angeles und in hongkong geliehen also checkt das mal gerne ab und das ist schon krass dass die solche informationen einfach mal da so droppen fand ich auf jeden fall sehr sehr interessant das ist mal ganz kurz gucken wo wir von so mission hin müssen das kann gar nicht so weit weg sein von mir ich glaube das war sogar auch direkt auf da immer das heißt wir können fast hier bleiben wenn wir hier ein bisschen dichter anspringen können na pass auf das ist da ungefähr damit dann guck mal dann können wir auf das ziel anspringen dann können wir da wahrscheinlich ziemlich dicht dran kommen das paket dann springen wir den diesen punkt an der müsste er sich einmal drehen um 180 grad das raumschiff und dann müssen wir nur den quantum drive im richtigen augenblick unterbrechen wenn wir den kürzesten abstand haben zu unser kirst du dazu den nine tails außen posten oder er nimmt den falschen weg das sieht gut aus das passt jetzt sehen wir zum beispiel dass der entfernt sich verkürzt und dann springen wir gleich raus ich glaube wir müssen noch mal nach springen das war noch nicht so dicht aus ich glaube wir müssen dann noch mal nach korrigieren jetzt sind wir auf 300 sind auf jeden fall schon mal dichter aber wir waren auf jeden fall noch dichter wie weit ist das weg komm mal dann können wir das noch anspringen dann sind wir schon ziemlich dicht dran dann kommen wir dem ganzen schon ziemlich nahe lieben so jetzt habe ich den die ganze energie wieder unterbrochen ist natürlich unschön aber jetzt sind wir schon dem ziel ziemlich nahe gekommen und müssen nicht mehr weit fliegen lieben und let's go gucken wir uns mal an was wir da machen sollen abwarten schauen wir uns das mal an 90 nur noch weg dann müssen wir gar nicht mehr voll frau geben da sind wir schon so schnell da ihr lieben schon mal das fahrwerk ausfahren da können wir schon mal die impellers ausfahren und dann gehen wir langsam zum lande einsatz gleich ein ja ich bin wirklich gespannt was sie reinbringen werden ob das wieder oder ob das wirklich nur konzeptphase sein wird oder ob sie auch irgendwas reinbringen werden was wir direkt liegen können etwas größeres aber wenn dann jetzt was größeres kommt zumindest das vorgestellt wird das haben sie gesagt dass wir zu der citizen konzern also der citizen kon gibt es wieder etwas größeres zu erwerben zu kaufen und auch zum angucken zum erstaunen grüße dich morgen schön dass du da bist und die auch ein wunder 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 wunderschönes hallöchen ich bin ja mal gespannt ob in diesem digitalen goodie back für die leute die so viel geld ausgegeben haben vor ort ob die vielleicht sogar auch zum teil so ein ding auch gewinnt das wäre interessant wie zum beispiel damals mit der server raven und mit der obtain fest war das war ja auch ein sehr sehr geiles ding damals ja gesagt und das kann gut sein das ist mir einfach nicht nur das wäre wissen wir einfach nicht ich glaube auch nicht dass alles auf der rupen immer drauf steht ich glaube die road map ist auch so ein thema da steht zwar vieles drauf das glaube ich schon aber ich glaube ich auch nicht alles in hoffentlich kann ich ein weiteres schiff in des backlog wäre nicht schön das wäre wirklich nicht schön also wie gesagt also sind ja alle schiffe als alle großen schiffe sind ja schon fast alle im backblock zum beispiel die 600i da haben sie auch jetzt noch mal gesagt bei der hongkonger messer bar citizen das an der 6 und die erstmal nicht weitergearbeitet würde also das konzept da steht das konzept das haben sie aber die 600i hat momentan keine keine wichtigkeit für die umsetzung des konzeptes also da wird auch nicht weiter daran gearbeitet wenn das haben sie jetzt noch mal im bar sind auch noch mal genau haben sie uns noch mal tatsächlich darüber in kenntnis gesetzt die apollo wäre schon wichtig der apollo wäre schon ein richtig richtig schönes ding bin ich auf jeden fall bei dir allein die apollo schon abzuholen diesbezüglich für das ganze mit dem gameplay auf den nächsten stand zu heben dass sie sagen könnte jetzt haben wir wieder ein raumschiff wo wir wirklich auch t1 betten drauf haben und auf diesen t1 betten können wir dann auch wieder patienten sporn lassen das wäre natürlich ein sein das wäre richtig richtig gar nicht nur auf der kerrig da sind ja t2 betten drauf und wenn du komplett pulverisiert wird nachher später wirst du auf ein t2 bett nicht mehr respond können das geht nur auf ein t1 bett nur eine schwere verletzung hast oder eine tödliche verletzung das kann dich noch retten auf dem t2 bett und das ist richtig aber wenn du komplett pulverisiert bist und deine dna muss neu hergestellt werden denn brauchst du tatsächlich ein t1 bett und das können nicht viele schiffe die apollo kann das zum beispiel der endeavor kann das ja das ist wirklich sehr 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 rar ja ich denke mal die apollo haben sie vielleicht aber nur aufgemacht zwecks upgrades für das thema mit dem gameplay wenn ich mir vorstellen dass er aber die apollo einmal kurz drauf genommen haben um das mit gameplay abzugreifen oder so um da irgendwas zu machen kann auch sein dass die apollo dass sie nicht wirklich daran gearbeitet haben weil das team musste da vielleicht irgendwas machen wo ist denn das tier der außen kostens ach dass man aber ist das spät irgendwie wo wollen wir denn parken am besten das war ein bisschen weil das ist aber auch geil aus das sieht schon cool aus das sieht richtig gut aus das sieht so hübsch aus wahnsinn wie cool das hier aussieht haben sie was an der beleuchtung geändert sag mal die lieben also ich meine an der mond beleuchtung das ist irgendwie klarer aussieht auch die dunklen seiten haben sie da mit der beleuchtung gearbeitet was wirklich wichtig ist also heißt ja gar nichts mehr gesehen auf bestimmten planeten kann das sein dass sie an der beleuchtung die letzten tage gearbeitet haben da was geändert haben kommen so ein bisschen sofort tatsächlich in die da haben die oder wir haben was an der beleuchtung gerne würdest du jetzt auch so sagen oder würde ich tatsächlich nämlich jetzt auch so erstmal sagen dass sie an der beleuchtung auf jeden fall was angepasst ja beleuchtung ist schon wichtig nach dem sommer soll ja schon ein bisschen was sehen wenn du gar nichts versichst dann ist auch für das ist natürlich coole grafiker das kann auch sein karen grafikkarte regelt an der grafikkarte regelt bis sie bescheid 40 90 am start habt ihr 40 90 habt ihr keine probleme mit der ausleuchtung gelingen ist so dann bleiben wir hier mal stehen und gucken mal dass wir da uns rand schleichen mal schauen was da abgeht in ihnen dann machen wir einmal ganz kurz den kram hier aus und dann laden wir mal so ein rover aus und dann düsen wir einmal rüber ja die grafikkarte 40 90 ist wirklich eine coole karte und das ist so cool guck mal wir sind jetzt ganz normal im spielen und wir sind ja auch so gesehen twitch läuft nebenbei und wir nehmen nebenbei auch noch auf das heißt wir fahren gerade zweigleisig und das läuft wie sau das ist so cool das macht richtig spaß dass das so stabil funktioniert ist einfach geil ich weiß nicht ob wir das mit der anderen grafik hat auch so stabil hinbekommen hätten weiß ich nicht ach so warte mal wir können auch mal überfall standen wenn du lust habt euch gerne rein den überfall macht mit habt spaß jetzt cool übrigens bei den links rober habt ihr auch die möglichkeit wenn ihr hier oben das obere fach auf macht das ist tatsächlich ein schmuggler fach das kann hier oben nicht so leicht gescannt werden das heißt auch hier haben wir die möglichkeit wie auch tatsächlich in anderen raum schiffen wie zum beispiel bei der taurus haben wir im hinteren bereich sechs stu was ja auch ein schmuggler fach darstellt tatsächlich und das haben wir hier im links rober hier dieser kasten da könnte sachen irgendwie schmucke nachher später wenn die mechanik nachher reinkommen ist auf jeden fall auch sehr 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 geil das ist auch eine schöne sache liegen ist auch nicht falsch wir lassen es die wir brauchen wir lieber noch mal runterfahren das könnte eng werden wenn wir da gleich losfahren wenn man die katte das bläck die wurde abgeschossen das ist der night hat das weg übrigens nur wo drauf ich mich auch sehr freuen mit der 320 dass sie die vehicles und das gefühl dass der vehicle zu überarbeiten das ganze fahrgefühl soll schöner werden das heißt sie werden auf jeden fall die ganzen boden fahrzeuge die rede haben auf jeden fall überarbeiten zwecks fahrgefühl und emission damit du einfach ein schöneres gefühl hast beim fahren der bodenfahrzeug das finde ich natürlich auch sehr 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 sinkt das finde ich auch sehr gerne sich zu geben ich auch sehr geil ob hier können wir uns einfach mal parken und den rest machen wir dann zu fußelien dann können wir nachher sachen einladen was wir brauchen dann machen wir die mal leer die leute hier dann machen wir die leiten die leute einfach mal nackig ihr lieben waffe am start waffen auf anschlag alles am start fast ich fahre mal kurz die musik runter damit wir die einmal kurz niederstrecken mehr oder weniger haben leider kein 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 visier drauf und geht aber ohne visier das geht auch ohne visier das sieht schon cool aus noch wir müssen einfach mal ganz kurz gucken wo die leute sind mit den taschenlampen aber taschen haben sieht man gar nicht da sind ganz viele leute da würde ich tatsächlich jetzt um das noch ja ich liebe ja sneaky zu sein und wir versuchen einfach mal ziemlich mäßig durchzukommen okay das geht nämlich schon sneaky zu sein wenn nicht immer gut aber manchmal gut aber wie viel pf ist hat er denn getroffen alle alle wie viel pf ist hat er dann mal direkt getroffen hatte hat er jetzt gerade vier pf ist getroffen habt ihr das gesehen da noch keine vier pf ist oder was natürlich ein problem ist die anderen die können wir nicht auf einmal so weg und das wird nicht funktionieren da sind einfach zu viele da das heißt da können wir nicht so sagen wir haben ja einfach mal weg das wird nicht funktionieren aber schon haben wir in der optik am start leben schon haben wir eine optik am start und die einzelne werden wir nicht weg haben können wenn der server läuft dann sind wir nämlich weg also da müssen ein bisschen vorsichtiger sein ich bin aber überlegen ob wir die überhaupt wechseln wollen weil wir lassen die einfach so wie sie sind bei neid sind ja auch nicht mehr sehr netten habt ihr eigentlich immer noch das problem an die leute die jetzt gerade ein bisschen mehr gespielt haben letzter zeit habt ihr immer noch das problem dass hinter euch neid sporen habt ihr das problem immer noch gehabt zwischendurch dass sein tels hinter euch sporen oder gar nicht war das immer noch thema leider mit den neid dass sie auf einmal hinter euch gespawnt sind in den rücken geschossen haben das war auch immer richtig schande ja das ist einfach das müssen sie unbedingt noch mal im griff kriegen das ist alles aber nicht 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 geil die lieben das ist alles aber irgendwie nicht geil mit dem fetten respawn das macht keinen spaß ja ein backup scharf im schiff ist immer ganz geil das wird ja irgendwann kommen wird natürlich dann npc crew nachher steuern kannst dann wirst du natürlich auch auf fps mission wie die die wir jetzt hier gerade machen natürlich auch ein mitnehmen können ein npc der dich dann auch vielleicht wieder rest oder der dich wieder hoch holt oder dich vielleicht unterstützt medizinisch gesehen das sind ja genau solche themen die sie ja reinbringen wollen dass du denn auch hier auch ein npc hast du nur befähigen kannst du dich einfach mit unterstützt bei der ganzen sache hier das wird auch kaum das wird auf jeden fall auch und eine thematik sein die kommen wird noch auf jeden fall so genauso wie so ähnlich wie beim mass effect so ähnlich wie beim mass effect wenn ich das sagen darf das wort schon sagen was mache ich dann da mit der 9tels rüstung kann ich leider nicht so viel anfangen ich finde die wirklich fürchterlich ich meine die 9tels allgemein also ich glaube da könnte noch einer sein gehen wir erstmal ein bisschen mehr auf p4 und wir mal weiter und immer auf die taschenlamm machen wenn die taschenlamm irgendwie back flackern sieht dann wisst du genau da sind npcs am start ja das wird cool werden das gameplay das wird richtig richtig gut werden davon kannst du ausgehen das wird schon auf jeden fall spaß machen das wird schon spaß machen was sie da bringen werden mit der zeit und gerade mit den npcs und für die leute die vielleicht auch nicht so eingespannt sind oder die einfach auch mal ein bisschen alleine was machen wollen das wäre für die natürlich auch schon geiler mehrwert warum ist denn hier da ist der kiste das wurde das licht das kann uns mal angucken da ist auch noch eine kiste gucken wir mal rein ob in der kiste noch was schönes drin ist was wir gebrauchen können wir mit alles andere ja egal da wird unser phoenix angegriffen scheiße schießt sie auf unsere phoenix wir haben zwar large schilder drin aber dennoch ist das echt uncool gerade was ich da sehe also schnell rein und gucken was geht ja das ist nervig was schießen die denn hier alter alter wasser die neintel schießen auf die piraten ich schieße irgendwie auch alles irgendwas was jetzt geht uns noch ganz gut aber ich denke mal die neintels und die piraten schießen gerade aufeinander exo grüße dich was gedacht war mal schön das dass du da bist die auch ein wunder wunder wunderschösser durch da müssen wir gleich mal regeln deswegen stehe mal schnell auf junge und stehe doch mal auf du musst schon mal die dringlichkeit spieler so gucken wir mal was da draußen los ist aber noch geht es uns wirklich ganz gut also noch lebt unser raumschiff da ist auch noch keine not beleuchtung an denkt immer daran die schilder oben zu lassen schilder sind wichtig und richtig weil hätten wir keine schilder oben gehabt dann wäre das raumschiff wahrscheinlich schon oder krass was explodiert denn da ja immer so ein bisschen gemischt wir wollen ja ein bisschen mischung reinbringen immer so ein bisschen gemischt man die immer so ein bisschen gemischt ja 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 also ich glaube das haben wir alles hinter geschossen ich glaube jetzt ist hier sense jetzt ist hier aber n im gelände da ist noch äh ich glaube das ist auch die Piraten-Karrick oder? ja das ist eine Piraten-Karrick weil die haben uns nämlich geärgert dass ist nein ja es ja sie 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 ja sind durch die schilder durch und jetzt macht er wieder einmal joystick das war da wieder hier es dreht er das gemein joystick wieder durch also irgendwie hat mein joystick wirklich eine macke ich muss mal gucken ob ich das wieder beheben kann ich verstehe das nicht warum da manchmal so komische befehle absetzt haben wir früher nicht gehabt da drücke ich den knopf und dann dreht er voll durch da schon wieder gemacht hey grüß dich morgen morgen ja ein wunderbar natürlich in pifi oder sag ich mal bä grüß ich pfm bä die im wunderschöss hallöchen schön dass du reinschaust wie geht's hier ein wunder wunderschöss hallöchen aber leider ist das was da geschrieben hast nicht ganz so nett deswegen weil ich glaube ich muss sie dann bann geben naja gut dann ist es einfach so ne warte mal kannst du soll ich ihn bauen oder willst du ihn bannen serie kannst du aber direkt bann also kann direkt nicht du kannst du direkt bannen und gesperrt für immer und so sondern direkt brauchen wir nicht auf dem kanal kann weg der dreck dankeschön immer weg mit den dreck aber doch schön schöner dreck ist weg musste ja das macht ja auch spaß also leute weg waren das kann ja auch geil sein das ist auch irgendwie wenn viele leute die einfach nur nichts im kopf ist das auch eine befriedigung weil dann sortierst du dir immer weiter aus das ist so cool einfach direkt weg mit dem scheiß also da kannst ich sagen das sind menschen oder leute die einfach nur miss im kopf haben da noch nicht meine hausputze hausputze ist viel geiler also das ist weiß ich nicht ein kanalscheiß selbst ein kanalscheißarbeiter ist das tausendmal liebe weil wir den brauchen für unsere sozialsystem das ist aber nichts also das ist der hat wahrscheinlich noch nicht mal hat gar nichts ich glaube der hat auch nicht mal intelligent von gar nichts er kann einfach nichts er ist nichts er ist einfach eine kackameise würde ich mal so sagen das ist eine kleine kackameise und selbst als kackameise hat er nicht viel geschafft er ist die kackameise hat mehr gehören wie er selber das ist einfach so da kann es aber nicht viel machen er grüße ich brauche mal mr black germany die ein wunder 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 schön dass du reinschaust sie auch ein wunder wunder wunderschönen guten namen wie geht's dir mal lieber schön dass du da bist und alle die gerade reingerutscht seit einem wunderschönen start in den entspannten mittwoch ihr lieben ja selbst das hat er noch nicht mehr exo wo du recht hast hast recht selbst das hat er noch nicht mehr verdient hat sei noch nicht mal eine kackameise ist ja was kann er denn noch sei mal lieber exo wie weit können wir denn runter stufen dass er das was er geschrieben hat oder das was er denkt gut so ist dass er das gut findet weil ich nicht wie willst du denn wie willst du wie seine gehirnmasse runter unterschrauben ja das ist gut das geil ein haufen sinnlose biomasse das ist das finde ich geil da gehe ich auf jeden fall mit das finde ich richtig richtig schön so dann gehen wir einmal kurz die mission abgeben mal schauen wo wir damit hin müssen zumindestens haben wir die sachen am start das ist schon mal cool wir müssen mal schauen wo wir damit direkt hin sollen mehr wahrscheinlich haben auf die andere seite springt könnte ich mir vorstellen sie ja einmal auf die andere seite das ist doch okay schubi mining facility und abflug nicht sogar gar nicht mal so weit weg das ist ja gar nicht mal warten so weit weg wo wir hin sollen das ist doch genial da müssen ja noch nicht mal weit springe lieben wobei man könnte auch sagen dass man den sound wieder ein bisschen lauter macht weil das sound der ist wirklich ein bisschen leise ja wurde gefiltert wurde will ich gar nicht sagen was er geschrieben hat auf jeden fall ist das kein netter mensch und wird auch nie ein netter mensch also es wird auch nie netter mensch werden weil mit so einer einstellung wenn du sowas im chat reinschreibst bei irgendein chat bei denen noch nie davor drinne warst und du meinst du einfach cool zu sein weil keine ahnung was man sich bei sowas denkt und dann sowas rein schreibt da fällt mir nichts mehr viel zu ein und ich finde das so schade dass dieses dass das nicht so viel bringt also du kannst ja leute weg waren und so weiter und so fort aber im endeffekt bringt das leider nicht so viel das ist einfach einfach schade am endeffekt bringt er das nicht so viel wie es eigentlich bringen was bringen könnte da müsste was viel geiler ist wenn man einen account hat der account der muss erst verifiziert werden bei twitch würde ich cool finden damit du dann auch sachen könnten kannst die ab 18 sind dass man da sich irgendwie verifiziert hat das wäre geil würde ich wirklich gut finden dann geht man auf jeden fall schon mal nummer sicher dass der denn auch den stream sehen darf oder 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 und wenn du dann natürlich sowas raus raus oder sowas rein schreibt und das ist wirklich das kann man zurückverfolgen über deinen ausweis oder über deine verifizierung dann machst du sowas erst gar nicht oder ist es bist du einfach am arsch ne dann kriegst du ein bann auf tisch dann wirst du nie wieder auf tisch sein und das habe ich tatsächlich schon länger vorgeworfen dass sie da keine richtige verifizierung auf tisch machen ja ich weiß das geht bei twitch aber verifizieren aber musste aber auch nicht weiß ich es wäre geil wenn es muss wäre ich weiß dass viele denken vielleicht auch das aber auch ungeil wenn man sich verifizieren muss das musste aber bei Netflix oder bei Amazon oder bei den ganzen anderen streamingportale ja auch deswegen wäre das für meines erachtens gerade was mit twitch zu tun hat oder auch was so abgeht bei twitch oder auch bei den anderen sachen so wäre das wirklich eine gute sache da kannst du viele 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 leute rausfiltern die da die diese plattform nicht als irgendwie so ein bullshit nutzen können also das wäre cool eine komplette verifizierung egal du kannst da vielleicht bei twitch ohne verifizierung schauen und gucken aber nicht rein schreiben damit würde ich ja auch noch klar kommen dass sie sagen okay du musst dich nicht verifizieren wenn du dich nicht verifiziert hast ja dann ist das nicht so schlimm aber denn aber denn ja aber dann kannst du nicht im chat schreiben kann man eigentlich den chat auf verifizierte user stellen geht das eigentlich ich habe das schon mal bei ein oder anderen creator mal gesehen ich habe mich leider damit noch nicht so auseinandergesetzt und ich habe das bei den einen oder anderen creator tatsächlich schon gesehen dass man wirklich sein chat auf verifizierte user einstellen kann das geht eigentlich schon wer schießt denn jetzt auf uns ich will jetzt erstmal die kiste zurückbringen ist eigentlich egal scheint aber tatsächlich ein npc zu sein der da wohl auf uns schießt was mich wundert dass sonst überhaupt hier noch trifft ehrlich gesagt nee das ist kein npc das ist ein spieler habe ich das fahrwerk nicht ausgefahren ich würde jetzt hat er mich abgelenkt dass ich das fahrwerk nicht ausgefahren aber ist nicht so schlimm ich glaube schaden haben wir dadurch nicht genommen das können wir gleich noch mal reparieren aber ich glaube das ist tatsächlich weil das sind irgendwie ein kleiner spieler aber mit einer mit einer fury sah aus wie eine fury ihr lieben gerade so machen wir wieder ein bisschen musik an so der sko bringen wir mal das paket raus na klar lass ihn mal ruhig schießen hm Das ist der NPC-Cut, das ist wahrscheinlich, ne? Ey, das ist der NPC-Cut, warum kann die denn hier schießen überhaupt? Warum kann denn hier eine blöde NPC-Cut das einfach direkt in dieser Zone hier schießen? Ey, das ist aber auch nervig. Normalerweise kannst du hier gar nicht schießen, Alter. Normalerweise solltest du hier in diesem Bereich nicht schießen können. Das finde ich tatsächlich direkt gerade ein bisschen strange, Elin. Ja, wir können hier natürlich nicht schießen, das heißt, wir können gar nicht abschießen. Ja, ich folgte uns, ja, mal schauen. So, ja. Ja, das wollte ich auch wissen, ne? Na gut, fliegen wir wieder runter und parken wir wieder. Zumindest hatten wir jetzt keine Probleme, dass die Energie wieder so komisch verteilt war. Jetzt müssen wir mal gucken, wo sollen wir jetzt wieder hin aus unserem Bereich? Letzte Beobachtung landen wir da wieder ganz normal. Vielleicht das Fahrwerk noch ausgefahren, der Fahrwerk ist noch ausgefahren. Ich hoffe, der kommt jetzt nicht so schnell wieder. Ich hoffe, der bleibt jetzt auch da, wo er ist, nämlich kommt nicht wieder. Ich hoffe nicht, dass er jetzt so schnell wiederkommt. Das wäre sonst ätzend. Dann bringen wir das Schiff wieder ganz langsam runter. Dann bringen wir mal das Paket raus. Dann bringen wir direkt das Paket raus, ihr Lieben. Dass wir die Mission endlich mal zu Ende bringen. Ja, die war ein bisschen ruppig, die Landung, aber na gut. Was soll's. So, let's go. Ich hoffe, jetzt können wir die Mission zu Ende bringen. Das wäre auf jeden Fall eine sehr, 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 sehr schöne Sache. Ich hoffe, dass wir mehr ziehen. Wird es klappen? Ja, nein, vielleicht. Wir wissen es nicht genau. Vielleicht ja, vielleicht nein. So, gehen wir mal direkt hinten zum Frachtraum. Zu den Rover. Dann können wir einmal die Kiste rauswerfen. Und dann ist das eine gute Sache. Da haben wir die Kiste. Dann würde ich tatsächlich... Ach, wir fahren mal das ganze Ding runter. Ey, wo ist denn jeder Ausgang da? Dann fahren wir einmal ganz kurz den ganzen Fahrstuhl runter. Ich bringe die Kiste rein und dann düsen wir weiter. Ja, hart, aber herzlich. Ist so hart, aber mal richtig herzlich, mein Lieber Exo. Ist so wichtig und richtig, aber sowas von. Hart, aber herzlich. Das ist wichtig und richtig, ihr Lieben. Na, Xadon, das schmerzt. Die Aussage... Xadon, die Aussage schmerzt sehr, mein Lieber. Die schmerzt wirklich, wirklich sehr, diese Aussage. Aber recht hast du. Aber recht hast du, mein Lieber Exo. Und dann kann ich nichts anderes sagen. Recht hast du. So, mal schauen, wo wir die hinwerfen sollen. Die sollen wir... Wo sollen die hin? Hm, keine Ahnung. Hä, was der Hell? Achso, in den Apparat rein. Alles gut. So, abgegeben, das Paket. Abgegeben. Gefinisht. Einfach Haken dran. Ich hoffe, das funktioniert, aber sieht gut aus. So, dann können wir direkt weiter. Können wir nochmal schauen. Ja, wir kriegen die Kohle. Wir können mal schauen, ob hier noch irgendwas drin ist, was wir gebrauchen können. Hier, den Saft nehmen wir immer mit. Der ist ganz lecker. Und da machen wir als nächstes eine Bunkermission, ihr Lieben. Als nächstes geht es zu einer Bunkermission. Auf, auf und davon. Äh, Druidenquests. Welches Level bist du? Ist das Hardcore oder Softcore? Wenn du Hardcore bist, kann ich dir sagen, mach mal die Druidenquests erst ab Level 28. Weil die ist echt böse. Die Druidenquests ist wirklich, wirklich böse. Da sind schon viele dran gescheitert und gestorben. Hey, John Miller. Grüße dich mal. Schön, dass du da bist. James MC, die auch ein Wunderwunderschüss. Und 30 habe ich hier, kannst du es machen. Mit 30 geht das sehr gut. Klar mit der Druidenquests, dann geht das. Also unter 28 würde ich die Druidenquests nicht unbedingt dir raten wollen. Frag mal Luna. Frag mal die gute Luna. Die Luna, fragt die mal. So, dann bringen wir den Fahrt schon wieder hoch und dann geht das weiter zu der nächsten Mission, ihr Lieben. Das muss doch hier sein, da. Na da. So. Wollen wir mit dem Fahrstuhl einmal kurz hoch, dann haben wir es. Die Phönix ist schon ein geiles Schiff, ne? Die Phönix ist wirklich ein schönes, luxuriöses Raumschiff und dennoch sehr multifunktionell, auch wenn die Aufteilung nicht unbedingt so optimal ist. Mit dem Toilettengang, das ist mir bewusst, mit den VIPs in den ganzen Kram. Aber dennoch finde ich die Phönix wirklich ein sehr, sehr schönes, gelungenes Raumschiff, ne? Und hinten mit den Snapfighter finde ich das Schiff schon sehr, sehr, sehr genial. Kann man nicht anders sagen, ne? Das kann man einfach anders nicht sagen. Das sieht schon sehr schick aus, die Phönix, ne? Hat auf jeden Fall was vom Design her. Gefällt sie mir sehr gut. Und auch von der Multifunktionalität. Du hast deine 4x Size 4 Waffen dabei oder 2x Size 5 und 2x Size 4. Kommt drauf an, wie du es einstellen möchtest. Du hast massig Raketen dabei. Sind zwar nur Size 1, auf die Size 2-Rakete musst du leider verzichten, weil du so gesehen dafür einen Atrium-Bereich hast, einen kleinen, ist aber ein sehr, sehr, sehr schick. Du hast tatsächlich den Dynx-Rover, der dazukommt und die Archimedes P-72 kommt auch noch direkt dazu. Mit der Phönix einfach ein sehr, sehr schönes Raumschiff, wie ich finde. Und gerade auch, wenn man nachher VIP-Transport durchführen möchte, dann hat das Schiff schon was. Gerade nachher später für VIP-Transporte ist das wirklich ein geniales Raumschiff. Wenn du zum Beispiel irgendwelche Generäle von A nach B fliegen möchtest, NPCs natürlich auch oder irgendwelche Diplomaten, dann wirst du dieses Schiff damit extrem gut nutzen können. Ein wirklich sehr, sehr schönes, gelungenes Raumschiff, wie ich finde. Bruder Manufaktur, RSA, ihr Lieben. Ja, deswegen habe ich sie mir auch wieder geholt, tatsächlich. So, dann fliegen wir mal los. Ist da ein Raumschiff neben uns? Oder landet das gerade? Was fliegt denn da? Seht ihr das dahinter, hinten links?